Hallo zusammen, die 12 Volt Kompressor Geschichte geht weiter. Diese Kompressoren für diese Kühlboxen oder ähnliche. Dieser Kompressor hier wurde gebaut von etwa 66 bis 72. Ab 72 bis 98, 1998 war dieser Kompressor die gleiche Leistung. 98 wurde der Kompressor hier geliefert bis jetzt. Und jetzt kommt der kleine Nano, der Kompressor hier. Der hat die gleiche Leistung wie der große hier drüben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.